Ein madagassisches Tuk-Tuk. Meine Freunde zu Hause, wir sind nun in Madagaskar angekommen und fahren hier mit einem madagassischen Tuk-Tuk zurück Richtung Heimat zu unserer Hochschule. Mit mir ist Jakob in die Cache und wir werden das Ding jetzt hier mal sauber rausraut in drei Monate. Also, die Pfeucheln sind so klein. Ja, für mich. Die Pfeucheln, die es echt rein sind. Jetzt wird mal rausgehen, Tuk-Tuk. Tuk-Tuk das Ding sauber raus, mein Freund. Korrekt. Villa Herriva.